Man, du hast doch einen Koppelmannsjahre. Schau mal wo rein, und so eine Ankele sette. Und so eine Ankele sette. Tio, Madonna. Ja, danke. Hi, Skyrim, Martin hier. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Drachen. Oder was heißt nach der Suche? Auf der Suche, äh... Gerade noch so geschafft. Heilige Kacke. Ich hasse diesen Fluchschrei von denen. Dann kann man überhaupt keine Magie wirken. Wir haben in der letzten Episode den, also meiner Meinung nach, so wie ich lange recherchiert habe, besten Begleiter mitgeholt. Hier in Rabenfels. Nämlich Teldrin Zero heißt der. Der Typ benutzt Zerstörungsmagie. Ist gut mit dem Einhänder. Leichte Rüstung. Ich finde das ist ein super Bild, den der da hat. Ist er das nicht sogar? Du steckst hier nicht ernsthaft fest. Zero. Ach du Kacke. Ah. Ich wollte schon sagen, nach all den Jahren, die dieses Game raus ist... Was? Okay. Okay. Viel zu teuer. Scheiße. Okay. Dann gehen wir ein letztes Mal ins Kolpion-Hügelgrab. Wo sind denn die lause Bubz? Die lause Jungs. 23 Volumes. 23 Volumes. Dazu kann man nix blättern. Der ist irgendwann durchgedreht. Deldrin, wir gehen mal aufräumen. Was ist unser nächster Move? Erstmal durchlassen. Das ist dein Move. Also nicht Bitch-moven hier. Man müsste mal zusammenzählen, wie viel Geld man wieder von den Leichen zurückholen kann. Ob sich das irgendwie rentiert und das in den Ausmaß übergeht. Dass man zumindest mal irgendwie einen Teil entschädigt bekommt. Von dem, was man dem Kerl gegeben hat. Also ich hoffe, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt. Aber das ist jetzt das vierte oder ich glaube fünfte Mal sogar schon. Ich glaube vierte Mal. Oder fünfte. Ach ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist dieses Mal die Mauer frei. Ich glaube mit Zyklon. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weniger Damage mit der Waffe. 422 statt 570 oder so, was es vorher waren. Eben weil ich ja nicht mehr die Detra-Banzernschuhe habe mit diesen 40% extra. Also Jedi, die trage ich ja nicht mehr. Offensichtlich. Sind das ein Wichskreis-Versammlung oder was? Seid ihr hier am Gangbangen oder was? Das ist immer der Trick. Wie ich von Gimli gelernt. Schild und Schlag. Mord und Totschlag oder so. Ah. Hä, wie jetzt Wahl und Wahl? Ah. Dafür für die Rüstung. Schauen wir uns mal kurz die Effekte an. Ah, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit können Gegner, die uns schlagen, paralysiert werden. Ah. Ah. Kommt Hilden. Ich brauche deinen Support. Ich bin momentan mit nicht bester Ausrüstung, also Rüstungswerten, äh, unterwegs. Lass mich ja in Ruhe. Weichet, je näher an der Taler. Tch. 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 So kann man's machen. Alter, mit seinem Damage. Äh, ein bisschen OP. Oberster. Erkrank. Um es alle vor. Erkrank! Ja, genau. Kratz mal ab. Genau, schlagt ihn. Mit deinen absurden Damage. Oder kümmer dich einfach um die anderen. Genau, Feuerschaden. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich erinnere mich nicht, seit ich hier ... zu ... zu ... Kolbeil ... Ich habe gehört ... Was habe ich getan? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Sie haben nur größer, seit ich hier war. Ich versuche, die Miner ... Die Bergleute haben gekillt. Ich weiß nicht ... Ich ... Vielleicht ... Es ist was ... Es ist was er wollte. Ich weiß nicht ... Ich hoffe, dass ich es nicht ... Aber ... Vielleicht ... Ich ... Bitte ... Du musst mich verlassen. Ähm ... Was hast du in mir ... Was hast du getan? Was hast du getan? Hier ... Danke ... So einfach ... Die Schiene hat ziemlich gut davon ... Mischheit zu wissen. Außerdem wollte ich das hier. Besondere nordische krebierte Spitzhacke. Bei den ganzen Dragonscales, die ich ... Also daran schuppenlich habe. Und hier ist ja noch ein schwarzes Buch. Uns fehlen ja nicht mehr viele. Wow. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ah, hier ist ja noch mal ein ... Ach du Kacke. Das gefällt mir alles. Das gefällt mir sehr gut. Magst du die Dinge hier aufheben? Was ist unsere nächste Bewegung? Was hast du in mindern? Was brauchst du? Ähm ... Nimm erst mal das. Und das. Und das. Und das. Alles noch? Was hast du in mindern? Was brauchst du? Was brauchst du? Wichtig. Alles noch? Sehr gut. Okay. Danke. Nachdem der hier seine Sammlaktion auf dem Markt gemacht hat, das nächste Mal hier weitermachen. Danke fürs zu gucken. Bye, bye.